Das Team Charlie, die 63 ist noch nicht so ganz klar. Gorilla, haut rein. Gute Fahrt, ja. Das ist der ehemalige Rallye-Profi aus der DDR, der Weigl, großartig. Ganz hinten auf der Fläche können die Fahrtverke schon mal losfahren, liebe Race Marshalls. Wir machen weiter mit dem 2,67, das H-Team oder das A-Team. Infangs mit dabei, die 68, die BMW, Herr Ares und Herr Bückner. Achtung, Max, Achtung, Max. Und die 71, ein Team auf der Strecke, Two Wheels on Beer. Das heißt, dass jetzt da hinten die Spieltanzspieler dran sind. Ich will das auch mal bestimmen mit dem Extra-Dich-Drohen. Bei der Rallye, die 73 war das, das Team Kubo. So, und dann noch 200. Hey, Jungs. Und rein, Team Nummer 72, Miersans. Oh, und hinter mir fährt auch jemand vorbei. Was macht man, muss ich mal kurz mal checken. Na, da sind sie mit dem Team Nummer 70, Low-Compress und hier bei mir direkt. Das Team Nummer 74, KG-3-0. Und dann sind wir bei der Team Nummer 75, Mönch-Kalm-Sarreni-Kanje. Richtig, Team Nummer 1, The Re-Explorer. Rund gefolgt vom schönen, wunderschönen alten 25i. Das Team mit der 76, Mönch-Kalm-Sarreni-Kanje. Nummer 2. Die 78 wacht sich auf den Kurs, der goldene Leicher. Und wir begrüßen das Team mit der Startnummer 65, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Team Kobra. Gute Reise für euch. Das Team Nummer 79, Sanktuals. Ja, der Volvo kann sowas. Die 80 bei mir, Rocksummer Racing. Die 81, Tom Collins. Ein guter Trinken, den ich mir auf den Globoren auch gönne. Und das Team mit der Startnummer 83, die Bremer Lümmisch. Die 84, U-T-F-G, wofür steht das? Die U-T-F-G, wunderschönen Tag. Wunderbar. Rauch auf die Straße. Und das Team mit der Startnummer 85, die Berner Bleibby. Und das Team mit der Startnummer 86, die Berner Bleibby. Und das Team mit der Startnummern. Vielen Dank, dass du da bist. Ich war mit der Zutatummer. Hinter dem Platz für das Verleih, die Siebe, dass sich das Startnummer von der Kanspektungs-Team. Und das Team mit dem Titel. Was geht aus? Du siehst nur! Ab der Eingeliefe! Komm! Die neue Abteilung! Die neue Abteilung geht bei dir verfassungswidrig! Seid ihr hoffentlich nicht? So seid ihr! Und er schlittert hier! Ist auch weiter! Ich darf jetzt 2 Start rein! Mit dem Team Nr. 90 Kalisant Dana! Und die 91 bei mir! CCC Das Chaos-Karokken-Zimmersee! Yeah Baby! Jetzt hier! Gut auch mit alles habe ich gesagt! Die 92 The Bullseek Sea King! Die ganzen Körper brauchen voll aus! Alter, du spinnst doch! Ah! Finde ich gut! Finde ich gut! The Bullseek Belly Boys! Mit der Startnummer 93! Was los auch hier! Gute Fahrt euch! Sieht auf jeden Fall schon mal entspannt aus! 7500 Kilometer! 10 Länder! 16 Tage! Kein GPS! Keine Autos! Das ist der Bordlichsteamseuge! 2040 Kilometer! 2040 Kilometer! 2040 Kilometer! Wow! Woh! 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 Ein Doppelteam! Das Team mit der Start-Nummer 100 liebevoll, jeden einzelnen Konfetti persönlich aufs Auto gibt, ein jahrelanger kleinerer Arbeit. Das Team mit der Start-Nummer 100 Bambi-Ball Die einen Arbeit am Start, die Vorstuhl Meine Mutter, du bist noch nicht auf die Straße. Das Team mit der Hude Gefolgt von der 1er-Zwei Team Hoth, Hunde Guck mal, die filmen sich selbst beim Rausbanden Und hier kommen sie Don't Hustle the Hoth Die 1er-Nummer 3 Die 1er-Zwei Und das Team mit der Start-Nummer 105 Navigate by Mines, ladies and gentlemen Und ab und zu auch mal by Mapp Die 1er-Zwei Die 1er-Zwei The Gentleman Voyage gesagt, und die 69, eine Lieblingszahl über die 60. Die 107 braucht dann noch die Gegente. Die 3 Gegente sind groß, und die 108 ist ebenfalls dabei, die sieht auch gut aus. Die 108, Portic Lupia, gefolgt von einer wunderbaren Fischbank, das sieht mit der Stadion bei 109, Cross-Dep Racing. Das sieht mit der Stadion bei 109, das singt The Bortix Swarm. Oh, das schafft ihr, das schafft ihr. Die 111, das ist ein Startteil, ne, muss ja ein Ausgehen. Rolex! Auch irgendwie mal wirklich sehr, sehr geil. Alles ist rot an dem Auto, sogar die Innenausstattung, die Fahrer, alles rot und fachbar. Das Team 112, die Berliner Bummelbären! Ich begrüße euch Team 119, 13, No Sleep Till, Hamburg, die Nassdauer, Glas Ecke! Und für Kühlburg! Kühlburg ist immer gut! Alles lieb, für Kühlburg! So, danke! Wir begrüßen das Team mit der Stadion bei 113, FSAS Formula Student Allstars! Sehr, sehr schön, die Kühlburg! Die 115, meine Damen und Herren, das PS-Team mit zwei kleinen Kinnies hinten, der ist großartig! Familienurlaub, nennt man sowas! Die 1.5-Serie im Stadion am Start, Rose Addiction! Alter, die haben ja noch gar nichts gesehen, was ist das denn? Das heißt ja mal schicken! Das Team in der Stadion waren 113, nelf 70! Der Team in der Stadion war 114, 450, und der Team in der Stadion, der Team in der Stadion, der Team in der Stadion, Tom Taylor! Ja, genau.